Zum neuen Wochenauftakt, da haben wir es mit dem Phänomen des Martini-Sommers zu tun. So nennen es Meteorologen, wenn Mitte November noch einmal milde Luft nach Deutschland einströmt. Und genau das passiert nun in der ersten Wochenhälfte. Und damit herzlich willkommen zum Wetter von Wetter.net. Insgesamt, da bleibt das Wetter aber weiter oft trüb und herbstlich. Am Montag haben wir es Richtung Westen mit Tiefdruckeinfluss zu tun. Hier viele Wolken, aus denen immer mal wieder Sprühregen, besonders nachmittags und an der Nordseeküste auch etwas kräftigerer Regen fällt. Insgesamt, da kommen aber keine großen Regenmengen zusammen. Richtung Osten hält sich zunächst noch Hochdruckeinfluss. Hier gibt es freundlichere Phasen, was allerdings auch dafür sorgt, dass sich am Morgen Nebelfelder lange halten und dass es hier örtlich leichten Frost gibt. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 8 und 14 Grad. Und diese 14 Grad am Alpenrad, die kommen durch den momentanen Föhnsturm dort zusammen. Und so haben wir auf den Alpengipfeln teils Sturmböen von bis zu 100 kmh und auch auf den Gipfeln der Mittelgebirge oder an den Küsten, da gibt es Bögen überwiegend aus südlichen Richtungen wehenden Wind. In der Nacht bleibt es trocken. Von Westen her klart es etwas auf, daher hier auch die meisten neuen Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 2 Grad ab. Am Dienstag und am Mittwoch, da steigen unsere Temperaturen dann wieder an auf bis zu 17 Grad. Am Dienstag kann es am Alpenrand bei Föhnsturm weiterhin sogar bis zu 20 Grad warm werden. Ansonsten haben wir ein herbstliches Gemisch aus Sonne, Wolken und leichten Regenschauern. Am Dienstag vor allem Richtung Westen. Am Mittwoch bleibt es überwiegend trocken, da sind aber viele Wolken unterwegs. Und am Donnerstag dann bei 10 bis 14 Grad. Da befinden sich die meisten Wolken in einem Streifen vom Südosten bis hin zur Nordseeküste. Und damit wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.